Servus Leute und willkommen zurück in Kürat bei Far Cry 4. So, wir müssen uns in eine Mission hineinschleichen. Scheiße, ist die jetzt abgebrochen? Ja, die hat's abbrochen. Ich hab sie schon gestartet, hab die neuere Mission. Hab nämlich noch einmal der Waffen wechseln müssen, wer den letzten Part gesehen hat. Weil ich keine lautlosen Waffen gehabt hab. Und ohne lautlose Waffe kannst du nämlich die Mission hier vergessen. Und ich hab da einfach schon eine Schnellreise gemacht. Dass ich mir noch einmal Waffen ausgestattet hab. Und irgendwie dürfte ihm das nicht gefallen haben und hat nachher die Mission abgebrochen. Deswegen müssen wir sich das noch einmal ganz kurz antun. So, das geht jetzt schnell schnell. Zack, zack, zack. Da laufen wir durch. Schaut, dass man das nicht überspringen kann. Das haben wir ja schon alles gesehen, so lange ist es aber nicht. Ja, bitte, ich weiß es. Du musst Paul jetzt töten, es muss schnell gehen, sonst fliegt er heim. Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bring sie dir alle. Yuma, Fagan, ich bring sie dir. Schöpfe, alles gut. Nichts ist okay. Doch, alles ist okay. Wir snipen uns da jetzt durch und das geht schon. Das ist nicht okay. Das ist okay. Ich befreie sie ja eh. Und das Problem ist, ich muss da einfach irgendwie... Nein, kommen. Schleich hinein zu einem Blöd. Wir können nur snipen, das ist das Einzige, was wir machen können. Musst du dich in das Verhörzimmer schleichen? Ja, das weiß ich alle schon. Ah, schade, dass ich das nicht überspringen kann. So, über die Map natürlich, weil wir müssen da ganz ins Süden hinein eine Schnellreise machen. Ich hoffe, er bricht es jetzt nicht auch ab, weil vorher bin ich auch, Schnellreise nur kurz zurück. Und dann hat er mal's, ja, abgebrochen gehabt. Na, jetzt geht's. So, wir werden uns aber gleich auf der oberen Seite ein bisschen... Ah, geht bitte. Ah, das mache ich die anderen. Hoffe ich zumindest. Ja, das macht der Elefant jetzt. So, wir sind gleich auf der nördlichen Seite. Verfolgen die mich jetzt? So, jetzt reicht's. Hey, da hat er einen Musst, einen Musstum. Cool. Cool, cool, cool. So. Weil vorher war ich auf der südlichen Kante, jetzt mache ich es gleich über die nördliche. Und da zweimal Schalldämpfer drauf. Ich werde mich da, aber vielleicht kann ich mich da sogar raufstellen, auf den Berg. Dann hineinsnipern ein bisschen. Nein, habe ich noch nicht. Aber ich bin auf dem Weg zu hier. Okay, mach das schon, mach der Kind so. Ja. Zuerst, muss ich mal ein paar mal markieren. Und schleif dich mit ihm rein. Dann tun wir da jetzt mal eine Zeit lang wegsnipern. Neein. Der Truckfahrer wurde alarmiert. Lustige Leute. Wie soll ich das machen? Ihr seid genial. Noch nicht, nur. Aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Ihr seid super. Du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte. Und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Ja. Er darf kein Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ. Er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schlech dich mit ihm rein. Scheiße. Und der Truckfahrer ist weg. Ich hoffe, dass ich das jetzt machen darf, so. Sonst wäre das... Das war kein Mensch. So, lautlos ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht alarmiert. Nein, ich bin schon wieder. Wie soll ich den Scheiß machen? Ich habe keine Ahnung. Noch nicht, nur. Aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Ich muss irgendwie in deinen Raum rein. Das ist wichtig. Paul ist eine Ratte. Und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf kein Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ. Er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schlech dich mit ihm rein. Ich muss da irgendwie hinein. Kommt der Hand in die Hose gemarkelnd schon? Nein, die haben mich schon wieder entdeckt. Ah, ich weiß nicht, wie ich das machen muss. Ich habe keine Ahnung. Hast du meine Familie schon? Nein, ich habe das noch nicht. Das habe ich jetzt schon so oft gehört. Es geht noch von der Seite. So, ich muss mir unbedingt die Leiche holen, dann. So, schnell, schnell, schnell. Das blöde, ich weiß jetzt nicht, ob da einer kommt. Oder nicht. Nein. Wieder, wieder. Jedes Mal dasselbe. Jetzt probiere ich sie mal von der anderen Seite. Wenn ich schon das bohne. Ja, vergiss es. Ich komme da nicht hin. Ich komme da nicht hin. Ich verstehe es nicht. Ich gehe da mal aufs Dach rauf. Wir nehmen es mit jedem auf. Wir sind unterwegs. Schnell. Ich gehe da hoch. Okay. Kommt schon. Kommt schon. Wie komme ich da jetzt am besten? Warte mal, wie kann ich noch einmal in den Hock gehen? Er hat verschwunden. Scheiße, wie komme ich da am besten raus? Schleiche dich hinter den Törrack. Das blöde ist nur, dass die jetzt alle da sind. Okay, ich bin da eigentlich. Was kommt davon, wenn da keiner herinnen ist? Bist du deppert? Ich habe das Scheiß geschafft. Jetzt hole ich mir Paul. Fang ihn leben, wenn du kannst, Bruder. Er soll für alles bezahlen, was er küratzt. Scheiße, bist du deppert. Na, leben da auch noch. Wir wissen eine Menge Leute aus den Dörfern in der Gegend. Also, wenn du irgendjemandes Leben findest, hilf es ihnen zu fliehen. Aber tu es leise. Tu es leise. Jetzt verstecke die Leiche. Du verstehst du dich. Halt dich. Halt von euch. Das kann ich zum... Ey, er geht's euch. Nein. Okay, das darf ich jetzt auch nicht mehr. Leute, wie soll ich es denn noch machen? Das gibt's ja nicht. Ich bin da drinnen jetzt, aber ich kann nichts machen, oder wie? Nein, der Feind ist nicht hier. Nein, der hat mich gesehen. Ah! Das darf es nicht geben. Was soll der Dreck? Ich will die Mission nicht schaffen. So, wir müssen da unbedingt... So, jetzt bin ich da mal hinterhalb. Ich hab die jetzt zwar mal markiert, aber... Ich hoffe, dass da oben keiner ist. Schnell hinter das Haus, schnell hinter das Haus. Nein, wieder gescheitert. Die Waffe ist ja einfach lautlos, oder nicht? Hätte ich das gewusstet, dass da einer ist, dann wäre... Das ist so irgendwas einfach, gerade. Da wäre einer zum Befreien. Aber zwei kann ich dann nicht umbringen, drei kann ich nicht umbringen auf einmal. Warte, ich probier's mit ein Stück Fleisch einmal. Vielleicht kommt dann wer. So, komm, bring einen um. Da ist auch noch einer. Keiner hat mich gesehen. Keiner hat mich gesehen. Nein, schon wieder hat mich die... Boah, ich hasse solche Missionen. Das geht ja nicht. Das gibt's ja nicht. So, komm. Sollen wir da gleich noch eine holen. Und nehme ich dorthin. Eine neue. Komm, bring die um, die Leopard. Bring's um, bring's um, bring's um. Nochmal einen. Nicht auf mich. Gehst du bitte auf die anderen? Gehst du bitte auf die anderen? So, der muss jetzt die zwei umbringen. Das gibt's nicht, dass die... Die das alle überleben. Super, der hat mich da jetzt. Was kann ich da noch machen? Was kann ich noch machen? Was kann ich noch machen? Ich kann höchstens weg-snipen. Probieren den da oben. Gehst du bitte auf die anderen? Nein! Wieso hat der eine das noch machen können? Der war ja tot. Aber es geht nur so. Wir werden das wieder mit Fleisch probieren. Und gleich mal ein bisschen Leute entdecken. Hier läuft ein Neopast rum! Hey! Schlacht mit der Staff! Komm, bring zumindest den einen um. Das ist das Mindeste, was du machen kannst. So, der Nächste ist da. Es darf nur nicht der Bär mich erwischen da. Ein Wolf, der bringt genau gar nichts. Ich hoffe, dass er einen zumindest umbringt. Ja, der ist einfach ein Wolf. Ist zu scheiße. Ja, bist du ein bisschen deppert, oder wie? Kann ich da irgendwie... So, ich hoffe, dass ich da jetzt noch einmal... Was? Wieso denn schon wieder? Ja, liebe Leute, 15 Minuten sind erreicht. Ist wurscht, wir werden das im nächsten Part weiter probieren. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Part von Far Cry 4. Bis dann, tschüss! Bis dann! Vielen Dank.